So, es geht weiter und ich bin in unserer Hütte. Oh Gott, ich komme hier gar nicht zu euch durch. Alter Falter. Ja, ich versuche es. Ich versuche es. Die brennen zumindest mal. So, kurze Information. Wir waren noch, glaube ich, in der letzten Folge ganz kurz davor, von diesen Tentakel-Monstern angegriffen zu werden. Und diese Aufnahme ist leider falsch. Was ist los? Fackel, Achtung. Boah. Der hat den auch gut geworfen. Boah, das ist ein Tentakel-Feech. Wo? Da unten. Ich habe hier nur Falte, Pölfee. Kannst du hier aus meinen Lächern nehmen. Habt ihr noch? Ey, Mann, wie sind denn hier? Was ist denn hier los? Es ist brutal viel los hier. Du fackelst hier nicht nochmal alles ab. Da unten sind sogar zwei Stück. Da unten direkt. Oh, Achtung. Oh, scheiße. Ich bin dort. Nee, beim... Achso, du lebst ein Loch, lebst du. Oh, hier ist nicht mehr. Oh, ich kann hier nicht runterschießen. Boah, was ist denn hier los, ey? Was für ein Chaos. Die sind aber voll eklig, ne? Die greifen noch genau da an, wo... Aber ich habe keine Pfeile mehr. Wo... Aber ich habe Dynamit. Aber Dynamit macht doch, glaube ich, unsere Base dann auch kaputt, ne? Denke mal. Und versuch's ein bisschen weiter weg zu werfen, dass es halt... ...abstandsmäßig... Oh, 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 oh. Das war nicht gut, was. Das war gar nichts. Das waren die gerade noch. Was hast du denn... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich darf nur nicht direkt das vorwerfen, bitte. Los, zurückziehen, zurückziehen, zieht euch zurück. Oh, jetzt sind diese Mähe. Oh, 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 oh. Fuck, ich habe einen Turm eingerissen, ey. Ich werde bekloppt. Ich mache das Tor auf. Du machst es zu, okay? Ich bin aber noch hinter... ...zwischen denen gerade. Warte, ich komme. Komm, komm, jetzt, jetzt, jetzt. Alter! Ich werde bekloppt hier. Das Spiel macht mich irre. Ey, das... fast wie in hollywood spiel mit dem ganzen turm eingerissen hat jetzt habe ich es beladen mit jemals habe ich mich da reingelegt steine oder rechts und daneben daneben aber ok da ist nichts drin ist nichts drin oder was rein was muss man hier noch rein machen steine auswählen ins Inventar in die Hand ah ok ok ist beladen oh gut ihr haut jetzt einfach rein beladen ok 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 komm Stone komm mal hier helfen hier ok was denkst du was ich mach' fack wir müssen scheiße wir müssen so kämpfen anders geht's nicht das war's tot hier bei mir ich bin von hinten ja einer ist tot Stone ist tot aber Leute ich versuche nicht hier aufzuheben ich habe einen AP jetzt vergessen ich bin tot nein wir heben nicht auf was auch tot so nun bin ich nur verletzt wieso kriege ich denn soviel ah ich habe kein Wasser mehr schnell was trinken oh mein Gott Leute irgendwer hat den Turm kaputt gemacht aber ah komm dann hier zu mir was ist das denn das war ich nein nein oh Gott hast du es gesehen ja da hat mich was angesprungen was war das wie geht das ist das hier was bei mir liegt ich habe dich angesprungen und ich dachte was ist das denn das ist ein Baby ne Missgeburt irgendwie mein Sound liegt auf dem Boden was macht ihr bei mir liegt der hier ja alles aufgestanden ey Leute wir müssen mal wir müssen mal zurückziehen und ganz kurz Tag machen ganz wichtig ey ok ich glaube bei nachts schick mal die Leiche aus dem Weg bei nachts wird das hier nichts bei nachts sind die halt deutlich stärker ja das wird hier nichts so wir ziehen uns zurück da gibt es denn auch was zu trinken hier gibt es auch Wasser sag ich doch da gibt es auch was zu trinken oh man ey aber es hat wenigstens schon mal was gebracht diese Rückzugsbase ne siehste alles klar von mir wenn auch nicht lang sie hat was gebracht wird schon Tag jetzt oder ja wird schon Tag also brauchen wir nicht mehr ja wird schon Tag aber ich speichere mal nein ich speichere warum überlegen wir den Stand wo es alles noch heute war nee ich mach einen extra ich mach einen neuen Speicherplatz aber alter Falter alter Falter aber echt nachts war es unglaublich ey irgendwie ist bei uns einfach irgendwas kaputt gegangen ich weiß nicht was es war also ich hab glaube ich die Dynamitschlange ein bisschen zu nah am Turm hochgehen lassen ach du warst das aber ich glaube das war nicht das nur weil ich hab gesehen wie der zugehauen hat und das ganze Ding eingefallen eingestürzt ist also er hat schon wir haben schon was eingerissen zum Teil ein bisschen was hatten sie schon eingerissen aber nicht so extrem also ich geh mal ein bisschen Holz wiederholen wir brauchen ähm Grave kannst du mal ganz los die Flöcke in die zwei hier abnehmen ähm warte ich bin kurz warte ich mach mal kurz selber weg da weg da weg da ich komme Alter du hast es irgendwie reparieren können aber wie viel soll es das hier oh es sind aber noch mehr ne ich brauch mal ganz was Hilfe hier wir müssen ganz kurz mal ähm wenigstens die Gegend hier frei machen das ist übrigens so ein Fackelwerfertyp hey wie kann das denn so so extrem voll geworden sein über Nacht ich muss erstmal die Mauer wieder stehen bevor wir was anderes machen ja ja ich muss ja Holz holen aber ähm das ganze Turm ist komplett weg aber die Spikes stehen noch alle da vielleicht dürfen wir keinen zu hohen Turm machen bisschen niedriger aber das ist ja schon fertig oder war er nicht fertig so gewesen wie er war ja ich hab mich hoch gezogen ach so ja der braucht gar nicht so hoch dann kann man ein bisschen ein bisschen gerader schießen bringt mir jemand auch einen Wagen vorbei ja ich bei mir verschwinkert das Spiel ich kann gar nicht zuschlagen ah ok ich hab hier nur so einen Typen wie der mich angreifen möchte oh ne das sind zu viele scheiße 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 oh ich kann nicht so schnell laufen ich hab keine Stamina mehr fuck komm schon oh die sind schon hinter mir oh ich kann nicht mehr laufen ich kann nicht mehr laufen geh in die Foundation zwischen den Spikes da wirst du relativ safe ja ich versuch's grad da komm ich auch mit dazu nämlich da komm ich auch mit dazu nämlich dazu doch einfach herkommen der sucht auch genau die Lücke ja das werden wir angreifen perfekt aber wie schnell die sind was sind das für komische Menschen ne ja die haben upgrade bekommen aber nicht ja bestimmt die haben auch Zähne upgrade die haben sich Zähne an die Füße geklebt oh da ist er ja aber ist der Speer besser oder soll ich mal eine von diesen hessischen Keulen nehmen die sie da haben die Keule macht mehr Schaden aber das braucht halt länger unglaublich aber jetzt die flüchten jetzt komplett ist sie weg die laufen komplett weg in die Wald die kommen halt immer wieder die machen so Guerilla-Taktiken die hast du so schnell laufen und so viel Ausdauern wie der ihr hört ihr auch die Schreie oder? weil ich hier gerade ich will sie nicht hören ne ich will sie auch nicht hören aber da hinten steht ne hast du von Delfen schon repariert? ne sind noch ziemlich ich geh mal wieder holz hacken ich versuche es wenigstens ah ne da ist die repariert doch doch die ist repariert hier ist eine Tussi bei mir im Wald greife ich jetzt an ich mach dir jetzt direkt Platz warte gar nicht erst so lange aber vor allem die Bäume sind auch super schnell nachgewachsen jetzt doch ne hier ist alles so ein ganzes Stückchen zugewachsen wo ist das mit Karren hier wo ist der Karren? wo ist der Karren? da oben ist der Karren ach ne nicht runterschmeißen zieh zieh oh und der Tagelfiech ist wieder da näher ich schaue auf mein Zelt doch ne ach 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 ne ich höre mir wie ich schreie hier im Wald keine Fächer mehr wir müssen uns echt hinter aber das war ich hätte ich nicht gedacht dass jetzt wirklich dass diese dass diese ja unsere Rückzugsmauer wirklich so gut funktioniert also funktioniert gut funktioniert in Anführungszeichen aber wenigstens hat sie hat sie erst mal ja das gemacht ja ja der der david jones aus der Karren ach so ja 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 das könnte gut weniger das Tentakel wie das Tentakel viel aus dem mit dem Gesicht Tentakel ne ja ja der david jones eben da steht schon wieder einer so ich komme mit einem halb vollem wagen oder wenigstens vollem wagen oder ich weiß nicht ganz ja ich glaube vollem wagen wird das sein aber ich habe keine Ausdauer mehr null Ausdauer ich muss mal ganz kurz irgendwie im Wald ganz kurz parken hier Tentakel für uns läuft hier gerade wieder zur Mauer hoch oh ne ich muss aber ganz kurz mal ein bisschen ausdauer parken hier tanken ja dann nehme ich nochmal den Schlitten ich habe noch Ausdauer aber hätte es nicht nur einen Schlitten mitbringen sollen so ich bin jetzt komplett wieder voll mit Ausdauer ey wir müssen irgendwas dagegen machen wir müssen fallen mal ach das ist ja echt ne mega nur nur verteidigung gegen diese blöden Typen ne man kommt ja dazu nicht die fallen aufzustellen ja man kommt ja gar nicht zum arbeiten hier was ist denn hier los er will der Decks einmal arbeiten ja einmal ok dann mache ich es eben nicht mehr dann kommt für die Standereinstellung standard auf Standardprozess zu Standardmodus wieder stellen wo ist denn der wo sind denn die Karren habt ihr die oben lang gelassen oder sind die irgendwo welche Karren da oben würde ich jetzt nicht hingehen aber der greift jetzt unsere Base an oder was oder greift denn die nur an wenn wir da drin sind hab keine Ahnung aber ich würde trotzdem jetzt nicht hoch gehen wollen ich geh ich hab jetzt noch zwei ähm Stone kannst du mal den Karren hier ein bisschen näher fahren ich musste jetzt immer wieder zurücklaufen mit dem leeren Karren ähm hab noch ein bisschen beschäftigt da jetzt kommt gleich ich hab hier schon wieder einen bei mir hier steht auch einer oh das ist mehrere ohlalala oh oh der hat mich gar nicht oh 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 der hat mich gar nicht mal richtig getroffen ey der Typ ne fährt mich gleich bitte was nein ich kann nicht ich muss meine Waffe wechseln das finde ich ein bisschen blöd dass man im Spiel keine keine die Waffe nicht wechseln kann müssen wir nur ganz kurz zurückziehen hier Null Leben so jetzt wieder Drogen aufgefüllt ich hab mir ja mit nichts weg hergestellt du sagst grad was was baut ihr hier? der Falle mhm aua da ja du hast schon du hast schon ich will mal kurz testen wenn ich jetzt da durchlaufe oh und was ja du da ja sie kommt ups aber hast du Schaden? ne ich stand jetzt nicht direkt runter ich bin dann ruhig gerannt und teste mal ob du wirklich Schaden bekommst nö zum Glück aber die kostet immer ein ähm ein Stick oder was? ein Stick naja ok das geht ja noch Sticks hast du ja hier an jeder Ecke aber was ich jetzt ein bisschen heftig finde ist die ist ein bisschen langsam finde ich als Falle wenn die da so schnell durch rennen dann reicht das nicht ey ich komm hier nicht zum äh zum Arbeiten hier im Wald das ist immer jedes Mal kommen da wieder welche mal gucken ob jetzt wieder welche kommen muss man ganz kurz über den Hügel hier gucken was hättet ihr was hättet ihr von wenn wir hier so ne so ne ah ne ja da ja unten ist Wasser ähm hier so ne an der Klippe an der Seite noch irgendwas zu bauen und das ist ein bisschen besser um jetzt Verteidigung ja wir kommen ja nicht dazu um was zu machen ja wir kommen ja überhaupt gar nichts dazu um irgendwas zu machen ey die sind immer ey das der den tun wir fertig nur irgendwie aber da ist der Umschwung plötzlich von oh 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 was los Centackel Drones kommt äh Richtung zu uns von der Base ich weiß dann ab hier mal rein wo ist er hier Spitze Spitze kann ich mal abschliessen kannste herlocken fuck hier ist wieder einer fuck hier ist schon hinter mir die sind zu schnell ey ich komm ich komm gar nicht mehr ach das ist blöd ach das ist ein bisschen sauer es macht es macht aber auch irgendwie keinen Sinn man kann die Waffe gar nicht wechseln also kann man die Waffe irgendwie anders wechseln außer im äh im Inventar ne ich muss nicht kurz stehen bleiben aufs Inventar klicke dann bin ich kaputt dann hauen die mich ja jedes Mal zu Prei oh ich hab keine Preimation mehr ich hab keine Preimation mehr ich hab keine Preimation mehr sechs komm rein komm rein komm rein letzte medic Zeugs noch das war's hast du vielleicht Kräuterinventar Was ist das jetzt? Kräuter? Hier habe ich Hast du Aloe Vera? Hier habe ich So, wo habe ich das? I'm moving Coneflower Und Marigold Wir sollten Medica geben Hast du? Ja, also das Die orangene Blüten, dann die weißen und die Blätter Großen Nimm mir deine Pfeile wieder, Köln Oh, scheiße Haua Ja Ach so, was ist das? Haua Alles hier reinkaufen Mach dich einmal komplett voll Hält mir deine Pfeile Wollen wir wieder versuchen den Turm aufzubauen Ich habe noch meine Pfeile Da sind noch Pfeile drin Ich kann die hinten rausnehmen Ich habe schon alle Das ist das Gute Ich habe noch nie Pfeile gecraftet Ich nehme mir die vom Grave Aber der Grave nimmt sich die dann auch immer wieder jedes Mal Das heißt so gesehen, die bleiben immer stecken für mich dann auch noch mal Oder für uns Ja Was ist jetzt eigentlich das Ziel, was wir jetzt machen? Was wollten wir jetzt machen? Den Turm wieder aufziehen? Wir wollten erstmal uns verteidigen Legst du mir die Scheiße über die Füße, Mann Du guckst mich dann auch immer so bescheuert an, du Arsch, so Hier, so bitteschön Ach man Unten ist was zuerst noch auf dem Feuer Also wer gleich mal was gebraucht sollte unten mal hingehen Ja, ich könnte was gebrauchen Hier liegen überall nackte Menschen rum Hm, noch nichts, noch kann man nichts essen Ja, die musste erst fertig werden, aber wenn du zu weit weg bist Die vergammeln recht schnell jetzt, muss ich sagen Es ist kaum Zeit, um direkt zu gehen von Essen Also irgendwie hab ich grad ne Tussi gehört Also irgendwie hab ich grad ne Tussi gehört Ja, die hab ich grad umgebracht Ja, ich auch kurz gehört Achso, okay Ach, erstmal chillen Ich komm mal mit chillen Ich komm mal mit chillen Du hast jetzt Essen drin, Dex Hab schon, hab schon gegessen Ich bin jetzt voll Dann ähm, wer muss noch essen? Ich hab, du schon voll Grave, kannst du den Wagen kurz hier abholen? Komm und bring mal nen Lärmwagen mit Wenn wir noch irgendein Projekt noch bauen möchten oder sowas Dann müssen wir wenigstens hier noch Holz Wir sollten eigentlich erstmal oben die Maler wieder fertig bauen Oder so, ja, aber ich hab ja hier Holz ist ja da Ich guck, ob ich den Turm doch wieder hinkriege Wir reden über die Mauer und der ist doch nicht so wieder im Turm dran XI Ja, ich mein, den Punkt ist Ja, nett, direkt auf den Lockhole da drauf ... Hat er gar vorzüglich gefällt DAS Wie siehste? Schaap, ob man den irgendwie nicht wirklich lenken kann wurde jeden fall erst dann bringe ich mal den zurück Das wird immer so geil, wenn die Bäume fallen, dann fliegt nur das ganze Blätterdach überall rum, über Blätter. Das magisch. Das magisch, das magisch, das magisch. Ich bin so ein richtiger Daumen. Ich lad mich noch mal ein. Ich will eine Waldfelle. Ich muss eine neue Einladung. Ich muss ihn wieder raus. Ich muss ihn noch hinterher schauen. Er will auch noch. Er muss alles... ja jetzt mal wenn ich irgendwo herlaufe und hier meine arbeiter hier liegen über die holzpflöcke stämme ich habe jetzt den ganzen wald ab bis ich zu deren base komme wir müssen eigentlich mal gegen angriff machen also ich habe noch fünf dynamit stangen noch drei glaube ich hier liegen so viele holz ich will hoffen dass sie nicht die sparen das wäre total bescheuert weil es liegt hier alles voll die ganze ganze wald ist schon gefällt hier lalala 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 Herr Stein, hier ist Holz. Der Hackelkarte-Leichen. Den blauen kannst du mitnehmen. Der rote muss noch so irgendwas. Also wenn es doch auch Eisenexte hier im Spiel gibt. Woher kriege ich denn das Eisen her? Die Eisenachs hast du gefunden, ganz am Anfang. Ach, das zählt das als Eisenachs, ja? Das ist doch keine Axt. Es gibt aber noch eine Feuerwehraxt. Die musst du halt auch finden dann. Aha. Weil die kleine Axt, die macht nämlich nicht so viel. Perfekt hier, wie die Große an. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Stapeln. So gut. Wir brauchen mehr Schlitten, mehr Leute. Wir brauchen einfach von allem mehr. Ja. Ich hacke ja alles um. Ich mache erst mal Sticks. Ich gucke, ich gucke, da sehe ich hier Baumstämme liegen. Ich glaube, ich helfe dir jetzt mal aufzuräumen. Kommt eben noch. Noch den hier. Und den da hinten noch. Jetzt haben wir aber gerade mal Ruhe. Jetzt müssen wir eigentlich mal schnell was bauen und das ganze Holz darüber bringen. Ich glaube aber, es ist aber nicht so sinnvoll, die nicht zu lagern, in diesem Flock-Dings-Holz-Dings-Halter, sondern die auf den Boden zu schmeißen. Weil die, wenn sie auf den Boden liegen, dann verschwinden die ja nicht. Ist die Mauer eigentlich fertig schon? Jetzt. Bin ich nichts übersehen? Ja. Na, guck mal den Turm an. Ich habe den Turm mal wieder nachgesetzt. Sollen wir erstmal unten die Spitzen fertig machen oder soll ich hier oben auch schon mal anfangen? Ne, mal unten, oben ist viel mehr. Ja, ich hätte ihn jetzt nur vielleicht was höher gesetzt, aber ist okay. Ich glaube, der ist nicht hoch genug, weil das Zombie-Monster oder dieses Tentakel-Monster ist schon fast zu groß bis zu... Das springt vor allem auch hoch. Stimmt, also höher setzen ein Stückchen. Ist noch nicht fix, ne? Also... Ne, 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 ne. Bei Plattformen höher würde ich machen. Kann ich mir irgendwas drüber gefangen? Was war denn das? Irgendwas quietscht doch hier. Hier ist ein Baby. Achso! Oh man, ey. Jetzt sind noch Babys. Kannst du das bei euch löschen? Irgendwie kann ich es gerade nicht löschen. Ja. Hoffentlich ist das das Richtige. Ja, wo Sticks dabei stehen. Geht auch nicht. Kann ich nicht löschen, ne? Ah, jetzt. Okay. Ja. Ist es wieder dunkel? Mhm. Wir sollten, glaube ich, auch mal hier so ab und zu so ein paar Lagerfeuer aufsetzen. Achso, ich kann schon was da hinsetzen. Was du da gerade machst? Achso, das sind die Flöcke. Ah, habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht darauf geachtet. Vor allem, der kleine Wald, den wir jetzt hier rein haben. Das ist echt wohl die Festung, ne? Können wir mal, ähm, schlafen gehen, schnell? Na, Sekunde, ich sitze eben. Ich glaube, das wäre gerade nicht schlecht. Die Höhe besser? Ja. Ja, die ist gut. Bibi ist schon wieder da. Ja, mal schnell. Okay. Ich habe ihn gehört. Wir waren schon? Das fühlt sich nicht so an. So, Schlitten sind alle leer, wenn ich es richtig sehe. Meine Werkzeug ist weg, Leute. Wer ist weg? Werkzeug ist weg, dachte ich. Hallo? Ich komme herstellen von... ...operieren. So, ich will noch mal eine Ladung Holz holen. Es gibt ja genug Holz, wenn wir eigentlich das dritte Mal fahren. Dann können wir mal... Ich komme jetzt mit. ...so eine richtige Ladung schon mal hierhin holen. Ich muss nur was essen. Das Tor ist übrigens geöffnet bei unserem... Ja, ich habe laufen gelassen. Ja, eigentlich ist ja... So gesehen, Portridesckel. Wir müssen ja sowieso doch reinlaufen. ...reparieren und lassen mal. Irgendwie ist das Holz hier weg, oder? Oh, nicht hinten ist es. Ich hole das Holz von hier vorne. Oh, kann man das essen hier? Oh, Shikori. Oh, das sollte man nicht essen. Oh, yeah. So, was gibt's? Ich habe gerade in die Bären reingebissen. Achso. Ja, manche machen irgendwie... ...ähm, einen negativen Effekt. Und ich weiß gar nicht warum. Die sind so lecker aus. Die Schwarzen, ne? Die waren jetzt weiß. Okay, weiß gibt's. Schwarz, weiß und... ...und rot. Blau. Blau gibt's noch. Und rot. Der Blau ist aber gut. Der Blau ist gut. Moin. Hast du denn gehört? Moin. Ich bin dann weg, ne? Ich auch. Tschüss. Scheiße. Scheiße. Was ist das? Ich hänge irgendwo fährt. Ach, ja. Man sieht irgendwie nichts. Durch diesen letzten Flock, den man oben... Ja. Das ist so blöd. Man sieht überhaupt gar nicht, wo man hinfährt. Guck, hier ein Baumstamm. Oh, oh, das sind vier Stück. Oh, Entschuldigung. Hab dich nicht gesehen. Voll angepumpt. Boom, boom, boom. Mach mal vielleicht erstmal die Spikes fertig. Ich glaub, die sind gerade wichtiger. Und das Grundding schon mal steht. I-Sticks, ich holi-Sticks. Schnell. Falle. Ja. Laufen sie schon im Hintergrund. Gib mir den... Gib mir den... Sch... Okay, wir haben keine Flocks mehr. Flocks sag ich eigentlich jedes Mal. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich sage immer Flock. Da hinten ist irgendwie... Da hinten ist einer. Oh, das ist cool. Das ist, äh... Happy... Ding da. Happy Birthday. Komm, wie kann man denn da reinlaufen? Da sind da vorne, äh, ne Stange, also ein Gräben, wo er durchläuft, wird aktiviert. Oh, ist sogar gerade schöner Wind noch dabei, ne? Windig, windig. Ach, hier ist ja schon einer. Machen wir doch direkt mal... Oh, Colt! Guck mal, aufgespießt. Hat's gerade gut funktioniert schon. Oh! Aber... Alter, fahr... Dex, lass das mal unten. Oh! Die dürfte nicht drin stehen. Dex! Hier vorne siehst du das, was hier, da. Ah, ja, da ist das Ding, was... Aber das ist ein gutes, gutes Teil. Also ich finde, die andere, äh, Falle nicht so toll. Die ist irgendwie so langsam, weiß ich nicht. Ja, es gibt ja viele langsame, viele, und für ein paar schnellere Leute. Wenn sie bemerkt haben oder nicht bemerkt haben. Schreien immer mehr, hörst du, Alter, die... Ja, sie ist da schon wieder durchgelatscht. Ich, aus Versehen, aber irgendwie... Man kann nur... Man muss nur in der Nähe dabei sein. Das ist total doof. Ich bin da nur runtergesprungen von meiner... Von dieser Ecke. Und zack, wird das Ding ausgelöst. Willkommen, Herr Raus. Da bleibt drin. Oh, oh, hier ist ein dicker... Also diesen dicken aus der... Aus der Höhle. Und noch so ein Tentakelfuß. Ich stand jetzt nicht drin. In uns Schluss. Siehste? Siehste? Aha. Einmal mit Profis hier. Erstmal über mich beschweren und dann selber die Dinger auslösen. Die kommen... Oh, der dick ist aber ekelhaft. Aber die laufen gerade Richtung... Oh. Ich geh aufs Boot. Und ihr so? Ich geh hier rein. Oh, der eine ist immer noch aufgespießt hier. Mut. So, meine Freunde. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir machen den Turm dann auch mal hier fertig. Den zweiten Turm. Und dann müssen wir ein paar mehr Verteidigungsmechanismen hier hinbringen, dass man hier auch den Turm ein bisschen verteidigt. Verteidigen kann damit schon wenigstens. Weil das sind echt viele, die wir jetzt bei der Nacht gehabt haben. Das war echt viel zu viele. Soll ich die mal abschließen? Okay, Leute. Das war's. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Und dann sind wir der Koffer.